Ex-GNTM-Siegerin Stefanie Giesinger ist seit kurzem wieder vergeben. Doch wer ist der Mann an ihrer Seite eigentlich? Die wichtigsten Infos hier. Stefanie Giesinger ist es als eine der wenigen gelungen, nach ihrem Sieg bei Germany's Next Topmodel im Jahr 2014 Karriere zu machen. Die gebürtige Kaiserslauterin ist heute erfolgreiches Model und Influencerin und hat sogar in einigen Filmen mitgespielt. Seit Anfang 2024 ist sie zudem Podcasterin. In G-Spot, ihrem, wie sie zu Beginn jeder Folge sagt allerliebsten Ort auf der ganzen Welt, spricht sie offen über Themen wie Sex, Feminismus, Selbstliebe oder Finanzen. Im August ließ Stefanie Giesinger dort auch die Liebesbombe platzen und verriet, dass sie wieder in einer Beziehung ist. Die Identität des Mannes gab sie zu diesem Zeitpunkt nicht preis. Stefanie betonte lediglich, dass sie glücklich und ihr Partner ultraheiß sei. Inzwischen ist bekannt, wer der neue Mann an ihrer Seite ist. Nachdem Stefanie Giesinger knutschend mit Armando Meier am Berliner Flughafen gesichtet wurde, macht sie kein Geheimnis mehr aus ihrer neuen Liebe und turtelnd ganz öffentlich mit dem aussehenden dunkelhaarigen Mann. Laut seiner Agentur Aave Management ist Armando 1,89 Meter groß, Model, Bodybuilder und Unternehmer. Auf Instagram folgen ihm über 100.000 User, allerdings ist dieses inzwischen auf Privat gestellt, sodass es nicht viele weitere Informationen über ihn gibt. Ein Link in seiner Profilbeschreibung führt allerdings auf die Instagram-Seite der Berliner Konditorei Round Edge, die Armando laut Bild betreiben soll. Aus seinem LinkedIn-Profil geht außerdem hervor, dass er auch im Bereich Social-Median Brand Building tätig ist. Vor ihrer Beziehung mit Armando Meier war Stefanie Giesinger über sechs Jahre mit dem Ex-YouTuber Markus Butler liiert. Ihre anschließende Beziehung mit Jeremy Streb, Sohn von Ex-Tennis-Star Karl-Uwe Steeb, hielt rund ein Jahr. Während die GNTM-Bekanntheit ihre Beziehung zu Markus Butler ganz öffentlich ausgelebt und häufig Events mit ihm besucht hat, führte sie ihre Beziehung mit Jeremy Streb wesentlich privater. Ob Stefanie also in Zukunft mehr über ihr junges Liebesglück mit Armando verraten wird, ist eher unwahrscheinlich. In ihrem Podcast G-Spot gestand Stefanie Giesinger im September 2024, dass sie etwa ein Jahr zuvor ungewollt schwanger wurde. Der positive Schwangerschaftstest war ein Schock für das Model. Ich wollte keine Mutter werden, zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht, gesteht sie ehrlich. Nachdem Stefanie die Möglichkeiten abgewogen und ein Gespräch beim Arzt hatte, habe sie sich für eine operative Abtreibung entschieden, die allerdings erst durchgeführt werden konnte, als beim Ultraschall die befruchtete Eizelle erkennbar war. Bis dahin blieb sie schwanger. Ungefähr vier Wochen sollte es dauern, bis dahin musste ich mein Leben einfach so weiterleben wie zuvor. Ich reiste, arbeitete und versuchte, mich abzulenken. Scham, Angst, Trauer, Verwirrung, Schmerz und Unsicherheit machten mir das Leben schwer. Mein Körper veränderte sich, etwas wuchs in mir, und ich wollte es nicht. Es war ein Kampf gegen meinen eigenen Körper, so Stefanie. Ob sie zu dem Zeitpunkt in einer Beziehung war, ist nicht bekannt. Ob sie zu dem Zeitpunkt in einer Beziehung war, ist nicht bekannt.